Aloha, fellows und willkommen zurück zu Amnesia Custom Story White Night. Ich habe immer noch keine Lust eigentlich, aber was muss das? Oh mein Gott. Die Musik hält mich schon. Okay, jetzt ist erstmal die... Was ist das? Beware when standing in darkness is... Ja, 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 ja. Das... Da drüben ist eine Tür. Da drüben ist eine Tür! Vielleicht... Falls du es nicht verstehst, die Glühbeine hat plötzlich erst geknattert, bevor sie zerbrochen ist. Du hörst ja nichts. Scheiße! Was ist denn jetzt die Tür? Okay, ich kann es nicht auf... Das ist da... Irgend... Da ist was. Ach du Scheiße. Was ist das? Leid bald kann ich... Hä? Ich hab wieder eine Lampe. Ist sonst noch irgendwas? Wenn da noch irgendwas wäre, würde es ja blau angezeigt werden. Ich würde ihn nämlich gerne mitnehmen. So. Ich krieg ich... Tja, buddy! Kann dir nicht helfen. Need to go my... Nee, das ist ein Gitter. Das sah grad von der Seite aus, als ob ich da durchrennen könnte oder so. Okay, komm ich eigentlich zurück oder so? Nö. Alles klar! Scheiße. Hä? Zack, 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 zack. What the... Keep... Anzettel! Noch eine Notiz an dich. Renn bevor sie dich kriegen und schau nicht zurück, niemals. Ich will nicht auf den Pfeil drücken. Okay. Scheiß drauf, was da war. Fuck, man half! Nein, 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 nein. Renn einfach. Renn, 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 renn. Renn, Junge, renn. Junge! Die Musik hat aufgehört Egal Mir egal, ich will weiter Komm ich nicht rein, ja super Du mich auch Okay Ich wette mal, dass Ich denke mal, du bist So, das wollte ich mir gerade angucken Ist da It's stuck into the wall, I can Pull it out by my hand I might use it to open the door Steinen Nee, der ist zu schwer Unten war auch nichts, was ich hätte nehmen können, ne? Könnte ich da irgendwie Aufjumpen oder so? Nee, stehe ich nicht drauf Warte mal Amnesia-Taktik Wenn du es nicht rauskriegst, wirf irgendwas drauf Ups Äh, Rechtsklick, ne? Rechtsklick können wir gelernt sein Was habe ich gesagt? Ich habe noch so einiges im Kopf, was Amnesia angeht So, Moment Komm Meinst du unten? Aber oben! Tür aufbrechen Will nicht! Will nicht! Guck mal live! So, bleh Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ähm, wenn ich unbeschreiblich Mutig gerade bin, liegt das daran, dass es nicht stockenfinster ist Und irgendwie Spielt sich das Wo ist denn das Ding jetzt? Das Ding hat's da Aua Das war mein Gesicht Ähm Ich will ne Lampe oder sowas Hi, Buddy Ist das irgendwas für mich oder so? Ein Steinchen? Ja Ach, Scheiße Hi Du siehst ja Oh, guck mal da Du siehst ja Richtig lecker aus Ich, äh Ich geh dann mal Wo ist die Tür? Wo ist die fucking Tür? Da Okay Okay, 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 okay Äh Frosch im Hals ist nicht okay, aber sonst ist Alles okay Mir geht's gut Ich hab einen Schlüssel Lass mich da hoch Spring Spring Weiter 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 Selbst schuld, du Arsch Hoffe, du verrottest in der Hölle Irgendwie sowas Ist da auch irgendwas drin? Was ist das eigentlich? Das war ja vorher schon da, ne? Ne Naja Geh mal erstmal da lang, wa? Böp Uah Was Zum Ich hab nur die Tür aufgeschlossen Ja, ganz ruhig, Junge Ganz ruhig Das ist nur ein Raum Und du hast irgendwie komische Füße Okay Yay, epileptischer Anfall Hooray Was hat er gesagt? Irgendwas mit Turn Ach du Ja was? Uah Dadadadadadadadadadadada Äh Was ist das? Und noch eine Notiz an mich Erinnere dich daran, wie du alles vergessen hast Erinnere dich daran, wer du bist Du musst es härter versuchen, David Oder wir werden verschwinden Irgendwie sowas Ähm Ich will ja nichts sagen Aber irgendwie Ist das schief Was? Take one? Take one Gib mir die Box Äh Also anscheinend Wenn da schon steht Take one Dann nehm ich ne Box mit Da ist irgendwas drin Hä? Was ist das? Da reingucken Das sieht aus wie ein Zimmer Okay Okay Was hat der Kerl genommen? Ja Ich frag mich halt nur Kann ich da rein? Nö Das Hm? Meinst du? Grrr Ich hasse es, Türen zu checken Ich hab da mal Angst davor Was mich halt total irre macht gerade Ist das Schiefe Flieg meine Kiste Wow Die war irgendwie Das ist cool gemacht Wenn ich hier stehe Und springe Falle ich nach rechts Das ist geil Das ist richtig geil Was ist das? Ich will da reingucken können Das sieht aus wie ein Büro Das auch total durcheinander ist Ähm Give me my Box Stell die mal rein So Was haben wir da drin? Ich will da reingucken Ist das Ist das ein Getränkautomat? Und Hi Ähm Okay Wow Okay 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 Ähm Mal überlegen Box Mal kurz her Lass mich mal da Lass mich doch da jetzt mal Da hin Bleah Nein Ich will meine Box mit Nehmen Nein Meine Das ist Meine Box Und die will ich auch So kann ich meine Fucking Box nicht mitnehmen Alter Verfeckt die Tür auf Meine Augen sind offen Dummes Vibe Ich will meine Box wieder Box Ist da? Kann ich irgendwas sehen? Nein Rollstuhl Ich mag Rollstühle nicht Rollstühle sind eklig Aber zumindest ist Kann ich da eigentlich Ne Das wäre irgendwie unrealistisch Wenn ich die auch machen könnte Ist da irgendwas drin? Wie man sehen könnte Nö Ähm Oh Gott Hä? Box Dingsbums Heizung an der Decke Okay Ich versuche Was davon ist Decken? Das ist wahrscheinlich die Decke Ne? Das dachte ich mir auch gerade So Ich muss entspringen Ah Warte 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 Das ist relativ sinnvoll Ich muss das Ding erstmal aufmachen Und wahrscheinlich komme ich ohne Box nicht rüber Und deswegen hätte ich meine mitnehmen sollen Ha Gemachtes Spiel Und jetzt Allöchen Möchtest du die wieder zumachen? Bitte? Scheiß drauf! Ah Hi Lappe I'm famous bitch Lass mir mal Spaß Ich will hier einfach durch Das ist den Kopf über die Tür Und da kann ich eh nichts machen Äh Was zum Was? Nein Ihr wollt jetzt von mir keinen Jump Nein Okay Was zum Was sind das für Ach du Scheiße Das sind schon wieder irgendwie so Segengeräusche Ganz schnell Oh Gott Gut Ich kann sowas doch nicht Okay 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 Und höpa Ach komm schon Kleiner Penner Nee Weißt du was mein Problem ist? Ich hab die Shift-Taste die ganze Zeit nicht gedrückt gehabt Bei dem Sprung Mit dem Shift springt er ja weiter Nein Wow Hey aber ich bin schon mal ein Stück weiter gekommen Wenn ich mich jetzt Wisst ihr jetzt warum ich niemals Mario spielen würde? Genau deswegen Komm Positionier dich mal Die Geräusche machen mich aber auch Hallo Ganz ehrlich Wie heißt der nochmal? Davis? Cool Nee Ich werde gerade ein wenig Hibbelig So Wie bin ich da jetzt runtergefallen? Ernsthaft? Okay Und Jump Ich stehe drauf Ach was sind die Schubladen die so Geräusche machen? Okay Und Höpa Und Höpa 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 Und Höpa Ich f***ing did it Finally Wow Was war das für ein Part der war unnötig? Geht mir weg mit Jump and Run Aber man kann echt nichts sagen Die Musik ist geil Die Musik ist verdammt geil Na komm Komm schon Amnesia Mein Spiel hat sich aufgehängt Doch wie Ah Hey Hat sich was ge- Hat sich was ge- Tarn Bin ich immer noch vor dieser Scheiß Tür? Das war's für heute.